Der Filmklub, der immer nichts sagt im Filmklub, weißt du? Und der immer so ein Zurückhaltende ist so und der malt so eine schöne Bilder. Das kann es doch eigentlich nicht jedem, aber es gibt es eben doch. Brigitte, mal ein paar Worte zu unserem Filmfreund Dieter. Ich bin einfach begeistert. Es ist so toll, hat man nicht gedacht, was hinter Dieter steckt oder in Dieter steckt. Und das hat er heute mal so richtig rausgelassen. Wunderbar, auf seine ganz eigene Art, so ohne Worte, sondern mit Bildern und mit Filmen. Klasse. Also zu Dieter kann ich eher weniger sagen, außer dass wir gemeinsam malen im Kurs, schon lange Jahre. Aber die Arbeiten gefallen mir sehr gut, weil sie so vielschichtig sind und ja auch ein bisschen Hintergrund haben. Wo man verweilen kann bei schönen Farben und dann aber auch die Gedanken schweifen lassen kann zu den Inhalten. Er malt ja sehr vielseitig. Ja, das finde ich auch. Und auch die Personen haben einen Ausdruck. Hinter uns ist gerade diese Frau, die doch mit Kessem Blick uns anguckt und das berührt einen irgendwie. Das funktioniert ja, der Schnips und die Spure, ja. Also er kann malen, er kann zeichnen und er kann Filme machen, ja. Oder das Wort. Ja, also Dieter kann nicht nur zeichnen und malen, wie wir hier bei uns sehen in der Ausstellung, sondern er kann auch einen ganz tollen Film, Filme überhaupt machen. Und der Film zur Einführung war jetzt wirklich, also auch sehr emotional und hat wunderbar auf die Ausstellung hingewiesen und hat uns eingeführt, ja. Und als Bibliothek haben wir viele Ausstellungen, wechselnde Ausstellungen, große und kleine. Und in unserem Lesekafe ist Dieter Drewitz mit seiner Werkschau, Dieter Drewitz, unsere letzte Ausstellung in diesem Jahr. Und für uns, gerade so als Kollegen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek, auch nochmal so der absolute Höhepunkt, ja. Weil wir ihn sehr geschätzt haben und immer noch schätzen als Kollegen und guten Bibliothekar. ! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bilder hier, die habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich die alle kenne und die liebe ich natürlich ganz, ganz sehr und die sind wundervoll. Ich bin aber froh über diesen Film, weil ganz viele Bilder ich erst im Film das erste Mal gesehen habe. Deshalb war der Film außergewöhnlich. Ganz schön. Richtig toll. Viele Bilder, die hier nicht hängen, die, weiß ich nicht wo, die hat verkauft. Schöne Arbeiten nochmal. So Werke aus früheren Zeiten. Mit Kreide, das war schon toll. Also das Film war toll. Dankeschön. Schöne Weihnachten. Dankeschön. Für dich auch. Ich kenne Dieter schon viele Jahrzehnte. Ich bin eine gute alte Freundin von Dieter. Zur Schule gegangen? Nein. Wir haben uns damals im OVG-Club kennengelernt. Ja, also ich bin hier bei der Vernissage von unserem Filmklubfreund Dieter Drewitz. Mir gefallen die Bilder sehr, sehr gut. Ich bin wirklich überrascht, auf welchem Niveau er malt. Ich hätte das selber nicht vermutet, weil er da auch nie irgendwas gesagt hat bei uns im Videoclub. Aber umso größer ist jetzt die Überraschung. Und ja, tolle Sache. Also wenn ich jetzt sage, er hat Talent, dann wäre das glatt noch untertrieben. Also er ist ein richtig großer Künstler für mich. Haben Sie ein Lieblingsbild? Ich bin gerade dabei, mich erstmal hier umzuschauen. Ich bin eben zufällig hier vorbeigekommen. Hatte das heute in der Zeitung gelesen. Wusste aber nicht, dass ich jetzt noch Zeit habe, hier reinzugucken. Und ich bin sehr angenehm überrascht. Also ich besuche oft Ausstellungen und ja, verschaffe mir jetzt hier erstmal einen Überblick. Gefällt mir aber gut. So Kess, so ein bisschen trotzig auch. Ja, und das ganze Bild lebt aber von der Bewegung und von der Dynamik auch der Person. So einerseits, wie sie so die Schulter so, ja, auch so ein bisschen Kess hochhebt, aber andererseits den Arm nach hinten versteckt. Also sie kommt ins Bild rein und nimmt sich aber auch gleichzeitig wieder zurück. Und das hat schon irgendwie so etwas, was das interessant macht. Und Dieter ist einmalig. Meinen Sie selbst auch? Nein, zu Hause für mich, aber nein. Oder mit meiner kleinen Tochter, aber sonst nicht. Alles gut. Ja, also wie man ein Bild wahrnimmt, ist ja immer persönlich. Und ich würde jetzt hier bei den Personen, also finde ich die Konstellation sehr interessant, dass also die beiden links sich anscheinend irgendwie unterhalten. Und sie lauscht ihm. Er ist aber auch irgendwie vielleicht so eine Gesprächspause. Ganz rechts die Person, die schaut wieder auf die anderen. Sie interagieren irgendwie alle. Und die Frau in der Mitte, die die Hand vors Gesicht hebt, die schaut einen aber auch nicht direkt an. Aber sie ist mit ihrem Lächeln doch irgendwie die aktivste Person, ist auch so ein bisschen herausgehoben durch diesen Hintergrund des Grüns, der sich so rechts und links um ihren Kopf schwiegt. Und dadurch bekommt das Bild ja auch etwas Aktives. Und man muss diese Frau anschauen. Und das Schöne ist eigentlich, dass sie lächelt. Damit kriegt das ganze Ensemble irgendwie auch so einen positiven Eindruck. Selbst wenn sie also nicht direkt Kontakt aufnimmt, ist es aber trotzdem dieses Lächeln, was einen in diesem Bild dann auch berührt. Ja, also ich kenne den Dieter Drewitz seit vielen, vielen Jahren. Aber ich habe nicht gewusst, dass der so gut malen kann. Ich habe zwar gewusst, dass er malt, aber ich habe noch nie wirklich ein Bild von ihm gesehen. Und ich muss sagen, also als wenn er es einen Profi gemalt hat. Er ist Profi. Er ist autodidakt wahrscheinlich. Also ob er das gelernt hat, weiß ich nicht mal. Aber er hat sich das selber, denke ich mal, beigebracht. Und das ist sehr professionell. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ja, und ich finde auch, er hat den Perspektivblick richtig gut drauf. Also man sieht ja oft gemalte Menschen, bei denen die Perspektiven vielleicht nicht ganz hundertprozentig stimmen oder wo irgendwas einen dazu bewegt, zu sagen, das ist nicht perfekt und das ist nicht so gut. Aber man merkt ihm eine Freude am Malen an. Und man merkt ihm auch an, dass er das, was er in Angriff nimmt, weitestgehend beherrscht. Also wenn er ein Bild anfängt zu malen, weiß er schon, was rauskommt. Und er weiß auch, dass es gut werden soll. Und das ist ja eigentlich das, was Künstler ausmacht. Und für mich ist er ein Künstler, der auf beachtlichem Niveau malt. Er ist ein begnadeter Künstler, würde ich sagen. Er hat ihn sein Leben lang geprägt. Er hat immer mit der Kunst Kontakt gehabt. Er hat vom, sag mal, frühester Jugend an immer Interesse gehabt an Malerei, später dann an Kamera und Fototechnik und hat ihn sein Leben lang begleitet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt seines Charakters. Malen Sie auch? Nee. Ich bin, sag ich mal, als Computerspielkind groß geworden und bin in diesen Hobbys immer noch hängen geblieben und habe keine künstlerische Ader für mich entdeckt und erkannt. Aber ich sag mal, da ist ja jeder sehr individuell. Aber ein Bild von Vater hängt doch bestimmt in der Wohnung. Ja, mehrere, mehrere. Also ich bin auch großer Fan. Also mir gefallen hat insbesondere eher die abstrakten Kunstwerke, die er gemacht hat. Und ja, ich finde das wirklich sehr schön. Alles Gute Ihnen und schöne Weihnachten. Vielen Dank, ebenso. Das war so eine Idee, wo ich dachte, es ist besser als jede Rede, die man redet. Und außerdem bin ich nicht der Redenredner und bin zu aufgeregt. Also deshalb passiert da nichts Positives, sondern durch den Film bin ich geschult durch euch, durch uns und mache sowas auch gerne. Da sind natürlich dann noch SD-Aufnahmen dabei, alte Aufnahmen von 99, wo ich da meine Arbeit gezeigt habe, wie ich das zweite Gemälde gemacht habe. Das erste habe ich übrigens verbrannt. Das Gemälde verbrennt? Es gibt zwei Fassungen von der Unvoraufgabebegegnung. Und die erste Fassungen, die habe ich aus Liebe zu meiner damaligen Ehefrau verbrannt. Sie haben doch bestimmt auch eine große Affinität zum Dieter. Ich weiß nicht, ob man das Affinität als Affinität bezeichnen kann. Es ist eine Liebe. Es ist eine gebliebene Liebe. Dank Dieter ist das immer noch eine große Verbindung. Denn ich bin ja seine Frau gewesen. Eine der vielen gewesenen Frauen, die diesen wundervollen Mann verlassen haben. Ja. Haben Sie auch ein Bild bei sich zu Hause? Ja, viele. Viele. In dem Film kommt es ja vor, die erste Fassung. Ja, war ja. Und die zweite. Bitte? Ja, es gibt zwei Fassungen in dem Film. Wie lange hast du an dem Film gearbeitet? Wochenlang? Monate lang? Jahre? Naja, das war schon. Musste ich immer mal wieder überarbeiten. Gucken, dass es nicht so lang wird. Nicht langweilig wird. Du weißt, wie das ist. Aber Dieter, mal zu der Bemerkung, du hast im Filmclub viel gelernt. Ich glaube, wir könnten viel mehr von dir lernen. Genau. Ihr könntet von mir mehr lernen, wenn ich mich da ein bisschen mehr öffnen würde. Und da vielleicht, wie sagt man, anwesender wäre manchmal. Nein, nein, nein. Ja, nee, nein. Ja, nee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020